denn wir müssen geduldig sein dann dauert es nicht mehr lang so leute weiter geht es bei let's play sticks master of shadows ich habe das jetzt wieder so weit gespielt wie beim letzten mal wo ich runtergefallen bin ich weiß jetzt nicht ob es jetzt in einer folge kommt oder ob das zwei separate folgen sind jedenfalls habe ich versucht darüber zu springen da hinten da hinten auf den balken da das funktioniert nicht das ist auch komplett falsch man muss wirklich hier hochgehen die treppe hoch die habe ich nicht gesehen wie so auch immer und dann kann man hier weitergehen so speichern wird schnell und weiter geht's ja versuchen kann man es ja mal ne gute handwerker hammermann was auch immer schlösser knacken dauert echt lang hier haben wir das licht ein bisschen dimmen da auch kostet ihr alles geld ja hier kann doch der klon durch schlüpft doch dann machst du mir die tür auf dann werden wir den gleich erledigen den officer den geist kragen der nichts abgeben wollte und schauen was er hier für vorräter hat dachte ich mir doch eine münze so wie geht das jetzt weiter hier da ist eine wache ich könnte den klon jetzt auf die wache jetzt von hier oben von hier oben sieht man schon viel besser ne ja da vorne ist der mechanismus ich habe doch geskillt dass man von oben in den attentat machen kann aber irgendwie weiß ich muss man direkt drüber hängen oder so da ist es ein wasserbehälter dann könnte ich den mit gift töten aber hier darf ja keiner was trinken außer dem boss obwohl es ist ja auch kein problem wenn der da trinken darf was ist noch einer nachher habe ich nicht gesehen schnell schnell weg alter auto speichern zusammen so das ist der anbrust schütze der hammer meister man vergift mal schnell das wasser hier jetzt müssen wir geduldig sein dann dauert es nicht mehr lang denn der wird jetzt was trinken und früher oder später wird er im gift sterben hoffentlich die aufmerksamkeit auf sich ziehen naja jetzt nicht ganz ideal wo du gestorben bist ja ist egal so der eine der armbrust heini der wird hoffentlich auch durst haben nicht doch doch der geht zum wasser oder ja schön gut dann ist ja auch kein problem mehr dann haben wir da drüben noch ein netten herrn der gerade auch nicht leuchtet damit jetzt vorbei da guckt die bob die bob käfer da unten schon wieder die hässlichen die wofen das habe ich leider nicht für euch apropos wofen messer kommen ja schön richtig schön versemmelt echt echt ich dachte du kannst es besser ich dachte du kannst es besser jetzt aber wo ist dies so gut immer feld weg mit der leiche du bist der nächste jetzt Die scheiß Käfer kommen jetzt gleich. Da. Die Käferpatrouille. Ja, was ist da passiert? Ist doch noch jemand runtergefallen. Ich hasse euch. Ich glaube, man muss nur den hellen Käfer ausschalten, dann sind alle führerlos. Ich bin schon da durch. Jetzt, ich spreche Scheiße. Und jetzt... Ah, jetzt sind meine Oren. Diese Schmerz wird immer noch schlimmer. Oh je. Käfer. Dreckskäfer, ey. Oh, da kommt die nächste Armee. Kommt den. Ich hasse die Viecher, echt das Schlimmste. Hier, Messer. Nice. Ach so, das ist ein Versteck. Da müsste man einfach nur so gucken, ne? Dann wären da bestimmt so Hinweise gewesen. Ja, ja, klar. Wo ist der Eingang jetzt Versteck? Ist das schon das Versteck? Aha. Das ist ja lasch. Ich dachte, die sind irgendwie alle verbunden dann. Naja, auf jeden Fall speichern wir hier. Jetzt können wir wieder hoch zu unseren Käferlein. Geht. Geht. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Festlicher! Ja! Geh weg! Die Dinger hören halt alles! 20 Coins! Mann, 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 Mann! So! Oh! Ich glaube, es wird da langsam Zeit für eine Aufnahmepause. Ich hab gar nicht bewegen bei denen, ne? Das war's für heute. Das war's. Und das war's auch schon wieder von diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gerne eins der vorgeschlagenen Videos an. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss. 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 Tschüss.